Liebe Freunde, ich möchte heute Soling mal von einer ganz anderen Ecke aus beleuchten. Soling, drei Menschen haben ihr Leben verloren. Es geht wieder mal los. Ich zeige hier einfach mal eine bekannte Boulevardzeitung, Headline oder Schlagzeile. Die Asylakte des Soling-Mörders. Und da steht dann geschrieben, und es ist fast eine Blaupause zu vielen anderen Fällen, hätte längst abgeschoben sein sollen, ist aus einem sicheren Drittland, nämlich in dem Fall Bulgarien, gekommen. Wohlgemerkt, nach Bulgarien sollte er abgeschoben werden. Ich stelle einfach mal die Frage, bei dem Versagen, wo bleiben eigentlich die Anzeigen? Wo bleiben die Anzeigen bei den Leuten, die sich die Hände blutig gemacht haben, in dem Fall, weil sie versagt haben? Schlichtweg Staatsversagen. Aber bleiben wir heute mal Soling. Und dann schauen wir uns mal an, unser Schnullibully-Kanzler, der Kanzler der Herzen. Nein, Spaß beiseite. Hier steht da, wie ein kleiner Schuljunge. Betroffenheitslyrik pur. Und dann steht da ein Herr Wüst neben. Ja, genau so Betroffenheitslyrik pur. Hätte nur noch Herr Reul gefehlt, der ja ein solcher Sheriff ist, der für mich genauso hier Verantwortung trägt an dem Fall. Da stehen sie dann, unsere Schnullibullis. So. Und was ist unser Kanzler dann? Er meine, so ein Wort zu finden, das ist Pietätlos. Er ist zornig. Ich glaube, der Zorn ist schon wieder verflogen. Warum sage ich das? Fangen wir doch mal an, wenn wir uns an diesen Herrn erinnern. Messerattacke von Brokstedt, erinnern wir uns noch. Zwei junge Menschen haben ihr Leben am 25. Januar 23 in Brokstedt verloren. Ich möchte die Namen nicht nennen, das kann jeder nachgoogeln. Und selbst Freund und Freundin sozusagen im Zug. Und wer war's? Tödliche Messerattacke von Brokstedt, Protokoll des Versagens, Headline mit Urteil vom 16.05.24. Ibrahim A., auch das gleiche, wir können es überall lesen, kam nach Deutschland, um Schutz zu suchen. Er wurde in Schleswig-Holstein wegen Mordes verurteilt. Wie konnte es passieren? Ja, wie konnte wohl Solingen passieren? Wollen wir weitermachen nach Brokstedt, Protokoll des Versagens? Wir erinnern uns. Und wieder Betroffenheitslyrik. Da stehen sie wieder alle. Ja, und jeder von denen weiß, was Sache ist und was in Deutschland nicht funktioniert. Alle sind sie betroffen und jeder weiß, woran es liegt. Ein junger Polizist musste sein Leben verlieren. Was in den Öffentlich-Rechtlichen kaum vorkommt. Warum? Er musste nämlich jemanden retten, der etwas gewagt hat, nämlich den Islam in Deutschland zu kritisieren. Insbesondere den Islamismus und den radikalen Islam. Erinnern wir uns an Charlie Hebdo in Paris. Es ist eine Spur des Blutes, die sich mittlerweile durch Europa zieht. Und immer wieder Betroffenheitslyrik. Und woran liegt es? Und das sage ich ganz klar. Diese Regierung, diese Schuldenkoalition will in Wahrheit einige Partner gar nicht abschieben. Die Grünen, das haben wir schon gehört. Oh, ist alles ganz schwierig. Und es sind doch nur Einzelfälle. Einzelfälle, auch da mache ich euch mal drauf aufmerksam. Nach dem Fall von Solingen hat die AfD, und da bin ich sehr stolz drauf, einen Einzelfallticker. Ich lese mal aus diesem Einzelfallticker vor. Waltershausen, polizeibekannter Somalier, verletzt 46-jährigen Deutschen beim Messerangriff. 27. August. 27. August in Plauen. 77-Jähriger beim Messerangriff durch Somalier verletzt. Essen. Versuchter Angriff auf Polizisten durch 34-jährigen Syrer. Am 26. August. Am 23. August, wie ich eben gesagt habe, drei Tote und acht Verletzte. Auch denen gilt mein Gruß der guten Besserung. Und dass sie schnell wieder auf die Beine kommen. Ich habe ja auch schon meine Anteilnahme hier ausgedrückt. Nach Messerangriff durch Syrer. Siegburg. 50-Jähriger zückt Machete und schlägt mit dem Knauf und der Waffe auf seinen Kontrahenten ein. Soest. 36-Jähriger nach Messerangriff am 23. August verletzt. Frankfurt am Main. Türke erschießt. Lanzmann am Hauptbahnhof. 22. August. Ich kann jetzt so weitermachen. Es sind beileibe keine Einzelfälle mehr, meine lieben Freunde. Das ist einfach mal Realität, Geliebte. Und wer da, liebe Grüne, tatsächlich noch sagt, ich verweigere mich abzuschieben nach Afghanistan, nach Syrien. Der opfert bereitwillig Menschen hier in Deutschland und macht die Menschen, die hier leben, zu Freiwild. Anderer krimineller Menschen, die nicht abgeschoben werden. Also, ich fordere alle auf, die Ahnung an dieser Stelle vom öffentlichen Recht haben. Hier muss es Anzeigen geben gegen Herrn Reul, gegen Herrn Wüst, gegen die Verwaltung, die so eine Glanznummer hingelegt hat, dass drei Menschen ihr Leben tatsächlich verlieren mussten. Und die Angehörigen und Freunde ein Leben lang wahrscheinlich darunter leiden werden, liebe Freunde. Und etwas muss sich noch ändern. Wenn Sie also meinen, Sie können eine CDU wählen und einen Merz, der sich jetzt zum Möchtegern-Schwarzen-Sheriff aufschwingt, oder einen Herrn Reul, der es nicht ist, und der auch noch ganz andere Sachen wahrscheinlich am Stecken hat. Ich habe im Bundestag darüber berichtet, ja, die sogenannte Aufenthaltsgenehmigungsaffäre der CDU in Nordrhein-Westfalen. Dann brauchen Sie nicht die CDU zu wählen. Denn der Herr Merz, ob er was sagt oder nicht, wird aus Staatsräson wahrscheinlich mit den Grünen ins Bett springen. Und kriegen wir dann eine Änderung? Nein. Und Herr Söder, der Mann, der sogar Menschen und Kinder vom Spielplatz weggeschlossen hat in der Corona-Zeit, der will das Problem lösen. Der redet auch seit zwei Jahren und tut nichts, liebe Freunde. Also, wenn ihr was ändern wollt, und auch bei den Landtagswahlen, dann braucht man keine CDU mehr. Eine SPD brauchst du schon gar nicht. Herr Scholz wird nichts ändern. Und Frau Esken hat ja auch gesagt, in dem Fall könne man nicht als Muster heranziehen, weil der war ja vorher gar nicht polizeiauffällig. Was muss man sich mal von der Vorsitzenden einer einzigen Arbeiterpartei vorstellen? Also, Frau Esken müssen wir nicht drüber reden, über Herrn Scholz auch nicht. Und die SPD braucht auch keinen Menschen mehr. Und die Grünen, die sind für diesen Schlamassel mitverantwortlich. Die würden ja am liebsten noch mehr Menschen nach Deutschland holen. Und ich habe ein schönes Plakat im Wahlkampf gesehen. Deutschland ist kein Siedlungsgebiet. Freunde, Deutschland ist unsere Heimat. Und wir müssen die Menschen, die hier fleißig sind und schaffen, schützen. Wir müssen die Menschen, die Kinder, die Frauen schützen, die abends auch noch mit der Bahn nach Hause wollen. Und in diesem Sinne gibt es nur eine Partei bei den anstehenden Wahlen. AfD, AfD, AfD. Und beide Kreuze. Weil ich habe gehört, es gibt irgendwelche verstörten Typen, die meinen, man müsste der AfD nicht ihre Zweitstimme geben. Nein, die Zweitstimme ist die wichtigste. Sie bestimmt, wie stark du im Parlament bist. Also, am nächsten Sonntag. Beide stimmen für die AfD. Für mehr Sicherheit, für Abschiebung und vor allen Dingen auch für Wirtschaftswachstum. Denn das können die nebenbei auch nicht. Aber das kommt ein andern Mal. Tschüss, euer Kai.